So, und hier sind wir wieder bei Soma. Beim letzten Mal, wir erinnern uns, haben wir erfahren, dass die Welt komplett zerstört wurde von einem Meteoriten, der anscheinend eingeschlagen ist. Wir sind in diesem seltsamen Komplex aufgewacht, wo wir von merkwürdigen Maschinen verfolgt wurden. Und wir haben Catherine kennengelernt, unsere anscheinend einzige Freundin, die auf uns wartet, im Lambda-Komplex. Und, soweit ich mich erinnern kann, versuchen wir genau diesen jetzt zu erreichen, indem wir hier das Shuttle starten. Ja, genau. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, sehen die Sachen hier alle nicht so in einem guten Zustand aus. Na nun? Soll ich das Shuttle wieder zusammenbauen, oder wie? Manifest? Okay. Ah, das könnt ihr euch später alles durchlesen. Wie gesagt, drückt einfach auf Stopp, wenn ihr es euch durchlesen möchtet, ansonsten werde ich es euch nicht vorlesen, weil das einfach zu viel Zeit kostet. Ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wir nie hatten, keine Kinder. Hard genug, wenn meine Eltern in den Augen sind. Wir wollen ein Bombshell throw upstate, bei der way. Along mit deinem Vater. Ich glaube, dass jemand jemanden helfen kann, dass sie dir ein message senden. Ich meine, ich hoffe, dass sie wird. Hell, ich bin nicht sicher, dass ihr diese message bekommt. Wenn ihr das macht, ich will, ich will, dass ihr euch nicht verletztet für folgen. Es ist einfach... Ich war einfach glücklich, dass es nicht besser fit ist mit dem, was unsere Leben wäre. Ich wirklich wollte den picket-fensten. Big family, you know. Ich glaube, was ich versuche zu sagen, ist... Ich bin stolz von dir. Die Dinge, die wir sagen, wenn die Welt erstmal untergeht. Und mir ist aufgefallen, eine Sache, die auch letztes Mal passiert ist, wir haben festgestellt, dass wir eine Taschenlampe haben, aber auf eine sehr, ich sag mal, merkwürdige Art und Weise. Weil Simon offenbar aufgefallen ist, dass er die schon die ganze Zeit dabei hat. Genauso wie ihm aufgefallen ist, dass er unter Wasser atmen kann und wir keinen Taucheranzug brauchen. Also nicht nur mit dieser Welt gehen ein paar sehr seltsame Dinge vor, sondern auch mit Simon selbst, der... Man weiß es nicht. Ist ja eine Maschine. Und wie erwarten wir, dass wir hier irgendwie durchkommen und jemals eins von diesen Dingern irgendwie starten können. Und überall ist auch alles voll mit diesem schwarzen Zeug. Ich bin nicht ganz sicher, dass Wow genannt wurde. Man kennt weder seinen Ursprung noch seine Funktion, aber... Das ist neu. Ja, okay. Und was machst du jetzt? Kann ich dir helfen? Sie lassen mich nicht sterben. Nichts ist zu sterben. Was hat sich passiert? Ein Erkrankung. Das Verabschiedet hat die Kraft. Ich ging nach Theda. Was kann ich tun? Wenn du die Master in Holland sehen möchtest, sagst du ihnen, ich brauche Hilfe. Okay? Amy braucht Hilfe. Das glaube ich sofort. Amy hat vor allem... ...alles voll mit Kabeln. Und... Ist sie ein Teil des Wow? Mit dieser... ...doch sehr obszönen Herz-Lungen-Maschine hier? Ich kann hiermit nicht weg... Oh ja, ich verstehe schon. Ja, ich verstehe schon. Ich soll... Ich soll sie... ...von ihrem Leib erlösen. Ich fürchte, das reicht noch nicht. Ja... ...tut mir leid, Amy. Wir müssen ja... ...wir müssen ja auch an uns denken, ne? Oh shit, ey. Ja... Äh... ...ich hab's nicht so gemein. Das Spiel hat mir aber auch nicht wirklich eine Wahl gelassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach, ja. Ist ja gut. Aber... ...jetzt haben... ...jetzt haben die Shuttles wieder Energie. Das ist doch schon mal was. Und wie sie selber gesagt hat, es lässt sie nicht sterben. Und da... ...hier in diesem... ...in diesem Gang abzuhängen, wenn die ganze Welt untergegangen ist... ...ist das das, was sie möchte? Nice. Oh. Schön. Ich habe... ...offensichtlich das letzte funktionierende Shuttle... ...gefunden. Was ist das? Repair Set? Ja. Meinetwegen. Na dann. Wollen wir doch mal. Äh... Ich... ...bin noch nie in Shuttle geflogen. Aber es ist offenbar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Lambda, ne? Ja. Genau. 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 Und wenn wir Catherine treffen, dann werden wir hoffentlich eine Möglichkeit finden. Ja. Das ist ein bisschen... ... ... ... Der 60er Jahre hat sich nun der Omega-Space-Gun entwickelt, der Welt am günstiger Weg zu launchen Satelliten und Doppelbüroben. Unsere Unik-Atlantik-Ocean-Lokation ermöglicht für dieses gigantische Coil-Gun, um länger als ein Marathon zu schaffen, zu sicherlich launchen Projectiles, ohne den Risiken zu verhindern, den Payload mit Risky-Combustion zu verhindern. Die Station hat Multiple Sites und hat eine diverse Staffe von Ingenieuren und Wissenschaften. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Paythos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Paythos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. And as far as it is... I'm not sure if we want to go to the top floor. Wait, wait. Oh shit! Shit! ganz im ernst das hat keine automatik die es anhalten lässt wenn da schon die die warnung steht achtung sachen auf der strecke und fährt es einfach weiter bei zehn hundert stundenkilometer na toll ja bitte simon simon are you there katherine is that you i was on my way but then the shuttle train it fucking crashed are you all right the system says the section is sealed for suspected home reach no i'm not all right what the hell happened to the world why are we under water wow you're really out of place aren't you don't worry about that right now i realize you're confused but you're so close to lambda if you just keep going how close can i walk there yeah but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing what you need to find is your sections maintenance hatch it'll lead outside maintenance hatch no problem what's going on out there i gotta go see you soon ich kann es jedenfalls nicht erwarten hier nicht mehr allein rumlaufen zu müssen bis dahinten weiter schauen wir doch einfach ähm nö Okay, die Dinger begnügen sich anscheinend nicht mehr nur mit unseren Fingern. Sondern wir wollen sprichwörtlich und tatsächlich auch gleich die ganze Hand. Jetzt, wo ich sie sehe, was sind das eigentlich für weiße Punkte aus seinen Händen? Ja, ja, komm. Hier geht es wieder. Na? Eine kleine Ladesequenz. Warum bin ich denn jetzt hier schon wieder? Genau, wie groß ist der Atlantische Ozean schon? Und was sind das hier für Bauten? Dann werde ich auch mal einen kleinen Freund wieder treffen, den kleinen Schweißerroboter meine ich. Wenn der Meteorit alles Leben auf der Erde ausgelöscht hat, dann sind die einzigen Lebewesen jetzt ja wohl die im Meer. Wie lange wird das wohl dauern, bis die eine weitere Evolution vollziehen und wieder an Land gehen? Das frage ich mich. Oder werden sie diesmal einfach im Meer bleiben? Wer weiß das schon? Ich glaub wir sind fast da. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, als wenn gleich ein Hai oder sonst irgendwas an die Ecke kommt. Was ist das? Oh so einer schon wieder. Ich. Tschüsschen du Bob. Wie ich echt gesagt nix mit zu tun haben. Aha. Ähm. Warte mal. Warte mal. Aber ich will erst schauen, was hier vorne war. Was ist das? Eine Rhythmiskapsel? Kortex. 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 Ich nehme an, dass wir einen solchen hier fehlen werden. Also gehen wir einfach mal da rein. Kortex. 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 Und los. Zwei Tauchwanzüge haben hier in der ganzen Station nur zwei Leute. Zwei Tauchwanzüge haben hier. Zwei Tauchwanzüge. Zwei Tauchwanzüge. Zwei Tauchwanzüge. Wirklich extrem viel besser. Aber wie ich auch schon eingangs bei dem anderen Spiel erwähnt habe. Ich höre jetzt selbst jedes Geräusch drei oder viermal so laut. Und da runter fällt auch das Geräusch da gerade. Was? Oh Gott, oh Gott, okay. Ich soll es einfach nicht ansehen. Was sind denn das für Viecher, die man nicht angucken soll? Simon, bist du da? Ich bin verletzt. Ja, ja, ich komme hier schon. Oh nein. Nein. Ich bin direkt neben dir. Ah, Catherine ist auch ein Robo-Ding, sie. Ja, ich bin hier. Ich bin hier in der Zeit. Das ist ein Geist. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht mehr. Ich bin hier. Ich will nicht. Du kannst mich helfen? Was? Ich war so, was mit meinem Projekt passiert, an der Brut mich auf dem Boden... Projekt? Wie kann alles möglich sein, wenn du bist ein dummer Roboter in einem dummer Tod? Okay, fokus. Ich brauche mich, damit ich zurückkehren muss. Dann kannst du so viel wie du möchtest. Du bist schuldig, nicht wahr? Ich denke, ich habe eine bessere Chance für mich selbst eine Time Machine, als für dich wieder zusammenzubringen. Ich muss nur die Computer accessieren. Oh, ist das ein Omnitool? Oh, die Tür-Opern? Ich habe es in der Upsalon, wo ich aufgewachsen. Das muss ich tun. Plug es in zur Terminale. Ja, sicher. Ja, sicher. Bis sie mehr zu sehen, muss ich das zusammen... Wenn die Omnitool ist, einfach nur den Kortext in die Kortext. Was ist ein Kortext? Es wird sicher, ich werde es für dich. Ich nehme den Kortext und schiebe es in die Omnitool. Komm, ich muss nur einen Punkt machen, für mich. Ja, sicher, sicher. Whatever. Lambda Terminal 27. Activated. Die Omnitool ist jetzt bereit. Es sollte einfach sein. Es muss einfach sein. Ich nehme den Kortext und schiebe es in die Omnitool. Warum ist ein Kortext für die Tür-Opern? Es ist Standardized Connection. Uh, Kathrin? Okay. Dann können Sie hier machen. Kostum Kortext Chip, found. Shutting down Helper G. Have a place, Dave. Oh, das fühlt sich weird. Ich bin mit dem Omnitool, danke. Also, was ist das Projekt? Mein Projekt? Oh, ich habe alle Menschen auf der Station als brain scans gelegt und sie in einen Artificialen Welt gelegt. Wir werden es in die Welt launchen, um, äh, alles zu machen. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well finish the project and launched it. but I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, filing. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. What was I said before? You're from Toronto? Kath. Yeah. I just went in for a brain scan and suddenly, here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. 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 Wo, whoa, 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 whoa. I think it's back. Keep your eyes peeled. No, no, no. No, no, no. Ich sollte es nicht ansehen, ne? Was für ein lames Monster Das ist das Monster jetzt auch direkt einfach wieder wegzulegen Was soll ich denn machen Was soll ich denn machen? Hier glaube ich Schöpfen Schöpfen Ja, was über die Arke Was ist vorhin passiert? Der Kreatur war... Überraschend... Überraschend Ja, es hat mit elektromagnetischem explodiert Das ist schlecht für uns, oder? Es ist egal, oder? Giersehne sens ist ein guter Punkt ARK Das scheint es zu sein Okay Machen wir eine Umfrage Oder schauen uns Umfragen an Are you excited about the ARK? At first I couldn't really see the point of it But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves Why wouldn't we do that? So you are in favor of that I think it's really important we do this What are your thoughts on the ARK? It's a great idea Finally we have something to do Am I right? Are you optimistic about the project's chances of... Um, about... The ARK reaching space? It can definitely be done You already solved the biggest problem How to actually get us all in there Now all we have to do is build the damn thing And hope Fi is still operational Yeah, I think we can do it But it's not gonna be easy What are your thoughts on the ARK project? The idea is just incredible By every definition It really makes you think about what it means to be human What makes you say that? Beyond the basics Beyond the superficial I'm convinced There's something with even greater value You have provided a platform Which is not necessarily restricted to our digital progeny But a means of actual survival It's my sincerest belief That we can go on living Through the reality of continuity Is this from inside the ARK? Yes, that's some early renderers of the world inside It looks a whole lot easier than this place It's almost all It's the digital Umgebung Where the scans are finden. Und das sind irgendwelche Dinger. Mhm. Oh, doch, wir können, wir können doch uns einen Fallgebogen machen. Wie fühle ich mich? Eher nicht so gut. Mein geistiger Zustand. Ich fühle mich nicht direkt verloren, aber schon anders. Meine Sinne. Das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, wir spüren jetzt Elektromagnetismus und sowas. The sensation of your new condition. Ja, spitzemäßig. Ja, das ist eine sehr gesunde Einstellung. Keine Ahnung. A life worth living. Ja, aber weniger bedeutsam. Tja, ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir uns unseren Sinn selber stiften. Wow. Au. Ja, das weiß ich nicht. Für immer digital in irgendeinem Kindergeburtstag leben oder den Tod akzeptieren. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, und jetzt? Warum habe ich das gemacht? Ich habe einen Tracker gefunden. Oh, das ist clever. Ich frage mich, ob ich daran gedacht habe. Hat es noch funktioniert? Ich muss wirklich wissen, was zu ihm passiert. Ich denke so. Es tut zumindest etwas. Wo ist es? Halt auf. Ich versuche es zu finden. Bitte, es ist sicher. Wir schwimmen noch auf der Erde. Aha. Äh, in welchem Ozean waren wir noch gleich? ... ... ... ... Uh-huh. Was mache ich denn hier, eigentlich? Was ist unser Ziel? Was ist das? Ich bin nicht der Idee, dass du mich herumfassen hast. Komm schon, Katharine. Das ist das, was du wollte. Du letzte Mission. Wir müssen uns überlegen. Wir müssen eine Art Weg finden, um in den Abyss zu kommen. Wir können nicht den Climber ohne eine Power-Suit. Wir müssen wahrscheinlich nach Theta gehen und sagen, dass Dumbat noch funktioniert. Okay, also gehen wir nach Theta. Ich weiß nicht, es ist ziemlich weit. Katharine, schau mal. Was ist noch da? Ich habe einen Sunken Vessel in der Mitte. Das könnte uns nach Theta führen. Wie merkwürdig, dass wir jetzt quasi den kompletten Verstand dieser Catherine Frau bei uns tragen. Und unser Plan ist jetzt also tatsächlich zu der Tau-Station zu gehen, uns dort zu digitalisieren und uns dann ins Weltall zu schießen, damit wir als digitale Menschen weiter im Weltraum leben können. Das habe ich doch alles richtig verstanden, ne? Ja. Voll gut. So. Ich glaube, ich hätte mir wirklich das Monster anschauen sollen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich hätte etwas verpasst. Jetzt habe ich das Gefühl, ich hätte etwas verpasst. Jetzt habe ich das Gefühl, ich hätte etwas verpasst. Das war bestimmt ein cooles Monster. Ich habe ein wenigstens. Was? Was? Was ist das? Das ist das Kürri Unterzeitser 4. Hey Simon, verpasst du dich wohl? Ich höre dich. Kannst du das Ding aufstehen? Hör mal, ich versuche es. Entschuldigung, es ist tot. Wird ein Schuss? Der CV kam von Curie. Es war ein Schiff, der sich mit Lampen und Lisbön machte. Sie sehen, dass der Wettbewerb ist. Vielleicht kannst du ein Vessel wie dieser in der Seite finden. Das ist ein Plan. Ich werde nur die Sicherheitsinformationen abschalten und die OMA-Tool verabschieden. Da. Es sollte dir helfen, dass du es umdrehen kannst. Great. Danke, Schatz. Also gehen wir zu Fuß hin. Hey, ist das unser kleiner Freund? Ich glaube, der andere wäre kleiner gewesen. So. Immer dem Licht voll. Oh. Nee. philosophical. Nee. 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 Neeia. Ich starre diesen Stein an. Nee. Sorry. Irgendjuck. Leuchten die Augen von diesen Fischen? Unheimlich Ist das schon das Wrack? Die Hauptsache, diese U-Arten-Dinger hier funktionieren noch. Was wir hier genau auf diesem verransten Schiff machen, ist mir jetzt natürlich immer noch ein Rätsel. Genauso wie es mir in Rätsel ist, dass wir auf der Stelle alles tun, was Catherine von uns verlangt, die wir seit ungefähr einer Minute kennen. Und wenn wir in der Lage sind, Menschen zu digitalisieren und in Maschinen zu verfrachten, was sind dann diese Monster, die hier rumlaufen? Sind das am Ende verrückt gewordene Menschen? Oder sowas ähnliches? Was ist? Was ist? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Irgendwas Gruseliges passiert sein, aber Es ist an mir vorbeigegangen. Was ist denn? Was ist denn? Ich schätze... Ich schätze, das ist der Komplex, den wir gesucht haben. Aber wisst ihr was? Es ist schon ziemlich spät und wir haben ja auch schon wieder einiges gelernt, was wir erstmal verdauen müssen. Ich würde sagen, dieses große Ding schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.